Ja. Okay. Wir haben Zeit. Wir haben Geduld. Ein bisschen. Jetzt. Vorwärts. Mist. Nee. Dank nochmal. Langsam und vorsichtig. Vorsichtig. Ja. Ich mache aus jedem Spiel eine echte Herausforderung. Was wird passiert, wenn wirklich schwere Welten kommen? Ich hoffe, so etwas gibt es nicht. Ja. Ja. Nur ab, nur, nur wetzt, nur wetzt, nur ab. Na komm. Ich brauche jetzt Schlittschuh oder so, weil... ...oder mehr Griff, die Hinterreife aufziehen, hehehe. Oh! Oh Gott, bin ich jetzt gut. Hey, und weg. Oh, die kommt wieder nicht. Jep! Yeey! Sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt schnappen wir also noch die Blumen. Und dann geht's los. Ende des Levels. Vielleicht. Die haben wir auch erwischt. Wie rutscht es doch eigentlich? Was soll denn das? Hab ich keine Spikes oder so an den Schuhen? Was laufe ich jetzt wieder runter? Ich war doch oben. Boah. Aber ich schoss nochmal. Yeey. Und... Ein... Tant. Wenn ich sehen will, wie ich ganz oft sterbe, das sollte jetzt mal so drei, vier Videos weiter vorwärts gehen. Bis dahin... Bis dahin sollte ich den Level geschafft haben. Denk ich. Erst noch mal fünf Videos. Sind wir mal optimistisch, ne? Hahahaha. Okay. Nochmal. Und ein Nu. Und ein Nu land. Darunter. Daaa. Okay. Wir kennen das Level. Zumindest den Anfang. Hab jetzt hier das schon mal gesehen. Und... Es wird langsam. Anweilig. Immer wieder dasselbe zu spielen. Aber hey. Ich werde das noch fertig machen. Ey guck mal. Werde ich diese Welt schaffen. Nochmal. Zum zweiten Mal dann. Und... Dann werde ich für heute aufhören, glaube ich. Oder wenn ich dann auch noch ne Welt machen will. Oh. 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 Ja. Gut. 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 Warten. Warten. Yeah. Wow. Wow. Yeah. Ich hab's geschafft. Wuhuuu. Geht doch. Geht doch. Was ist da drin? Sun Spills, äh Sun Spills. Nehmen wir gleich mit. Du geh weg. Gegner. Das ist das jetzt schon wieder in. Gelbe Quatsch. Sehr kreativ. Quatsch. In vielen verschiedenen Fällen. Verdammt. Ich treff das Vieh nicht. Na endlich. Und ein Leben. Hach. Hab ich ja schon drei. Das ging aufwärts. Yeah. Oh jetzt fängt die Springerei wieder an. Mehr hat es nicht kommen sehen. Nein. Noch nicht in die Richtung. Die hat mich doch dann übergetötet gestern. Wow. Wie hab ich das jetzt gemacht? Mein Leben. Mein Leben. Noch eins. Yeah. Läuft doch ganz gut. Na ja. Da waren ja doch mal so richtig viele Gegner. Kleiner. Juhu. Ich war zwar neben dem Tor und es sieht ja aus als würde ich raus gehen. Aber egal. Das reicht für heute erstmal. Hier werde ich speichern und morgen weitermachen. Vielleicht. Hoffentlich dauert das Level nicht genau so rein. Also bis dann. Tschüss.